Hallo und willkommen zu meinen lieben Freunden, ich bin zu eurem Odo. Wir sind zurück bei Star Trek Perfect Edition. Yay. Mit den Perengi. Ja. Zurzeit wird es der Vortil. Das ist der Vortil. Das ist ganz wichtig. Ah, das habe ich noch nicht gemacht. Richtig. Ein 25-jähriges Treaty Exemplate. Die Ullana will nicht affiliated sein mit mir. Tja. Schauen wir doch mal. Wir haben die Mieter Rana als Member. Ein paar Klettern, Rana, Affiliate, E-Ullana als Framing. Serie. Nausikans. Sind neutral. Ja, gut. Die Mieter Rana habe ich. Und die Haare. Na, okay. Okay. Hallo, Ullana. Können wir mal Affiliate ziehen? Passt das schon? Ullana sind sehr wichtig. Welter im Süden wollen die ganz offen die Ullana einen Planeten besiegen. Was macht Kameer? Und du. Klickst zurück nach Julia. Wie viel Geld haben wir? 260. Okay. Looking forward to new protein among the Robins. Okay, soll sein. Did it? Beat it. Ah, non-aggression. Expired. How about friendship? How about friendship? How about friendship? so wenn ich geht 80 60 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 170 werden zweimal davon da kann man nicht machen, da warten wir einfach bis das fertig ist, bevor wir etwas anderes machen. Heben. Heben. Jetzt muss ich einmal gewachsen. Sehr gut. Relativ schnell. Relativ schnell mittlerweile. Was machen wir jetzt noch so, ohne zu kaufen. Min-Taka. Ah ja, das ist auch relativ modisch. Da braucht man ein Kronieschiff dort. Ja, okay. Ja, okay, das ist gut. Ah, wir haben noch viel. Damit es das nicht mehr ist. Wir werden es schon noch kaufen, aber halt. Ah, sie proposen save. Ah. Achso, nein. Wir offen. Ich bin doof. Was wir liefern? Echt jetzt? Ja, okay. Wir sind hier. Wir wollen keine auf einen vorderen. Das können wir es nicht verändern. Mhm. Wo wir können ja gar nicht nachfahren mit einem Kronieschiff, das außerhalb unserer Rechte ist. Finde ich gut. Supi. Okay. Naja. Echt jetzt? Die ignorieren das einfach. Wollte so etwas von mir? Passt. Auch Geld nehme ich an. Ja, okay. Soll es sein. Warte mal. Gab es das? Ja. Warte mal. Die wollen auch was. Ja, das werden wir nicht am Ende kommen. Die führen so jetzt nochmal in nächster Zeit mit uns. Vielleicht. Einfach, dass die Föderation einen neuen Weg ist zwischen unten und ihnen. Die haben das genau der Wort. Find ich nett von ihnen. Aber... Find ich auch nett, dass sie sie besiedeln. Ja, du kannst leider nicht darüber. Gerne darüber. Und... Ähm... Okay, wisst ihr was? Wir machen nochmal... Terraformen. Und zwar... Mach mal das da. Das ist das hier. Das ist das hier. Und jetzt... Kann ich auch nicht mehr machen. Ja, komm. Ein... Er ist... defizit echt jetzt defizit hat kann man nichts kaufen kann produziert man nichts das macht ja people's und julie interested in our future territory jetzt gegeben also du bist meine Frontier, nicht ich mit dir du bist so lediglich im Tunnel wert ja, ok, wird jetzt noch eine Weile dauern Mist, wenn ich kein Defizit gemacht keine Events so, da fliegt er rum das gut im Blick haben auch immer ein Minus das ist ein Destroyer und ein Colony Schiff die Klingeln signed a non-aggression treatment okay ich meine, das hat funktioniert das hat funktioniert noch Man muss nicht mehr so. Okay. Was ist jetzt passiert? Your vessels are taking shortcuts from our territory. Jetzt einfach territory um mein Wessel gebaut, du Idiot. Okay, dass wir hier eine Kolonie bauen, bevor die uns wahnsinnig machen. Mit ihren Schippernakel. Zeit. Schaut uns an. Mit. Mhm. Mhm. Unlada. Nein. Schaut mal. Was haltet ihr davon, wenn wir das machen? Change the tone. Wir mögen euch. Wir mögen euch. Ihr mögt uns. Wir lassen euch in Frieden. Großen und Ganten. Wir lassen euch in Frieden. Wir lassen euch in Frieden. Ja. Das wird nicht so gemacht. Das wird nicht so gemacht. Das wird nicht so gemacht. Okay. Okay. Wir könnten mit den Föderationstypen gegen die Klingeln kämpfen, wir könnten sie auch ignorieren. Sie haben uns ja auch ignoriert. Wir wollten einen Friedensvertrag mit euch, wisst ihr noch? Sie haben uns einfach ignoriert. Okay, gut. Ja. Ja. Klingeln signed a friend. Hey, yes. Beamharding, shield resistance is increasing. Power. Private farms, Tower of Commerce. Das mache ich ganz gut. Klasse. Okay. Okay. Wie lange dauert das noch? Nächste Runde haben wir es. Sehr gut. Der Parkettransport ist wirklich überall. Das ist mit euch. Das ist mit euch. Ja, okay. Was geht's? Das ist mit euch. Das ist mit euch. Da geht's nämlich 5. Oder 3. Oder was weiß ich. Auf jeden Fall 4. hier. Ja. Machen. Irgendwas wollten wir noch machen. Das. Um. Um. was anderes machen. Ah ja. Stimmt. Ich werde schicken. Teil der Kolonie gründen. Yes. So. Dann machen wir. 1-4 in this. so ich glaube ich auch ganz Okay, das geht mal fast so, weil diese Runde geht nach Romo los. Bei den Nausica, da mögen wir uns sowieso nicht, ohne sie wirklich. Nächste Runde sollten wir ein ehrengemäßes Einkommen haben, viel höher als jetzt. Das ist nichts in Ordnung. Okay. 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 So. Ich schieb hier aus. So. 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 das gebiet hier jetzt ja dann noch ein demand was wird draußen irgendwas ist ja wahnsinnig das geld hier nicht doch ich hab das 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 research okay das Ich habe noch... Es dauert alles so lange... ... und... ... und... ... und... ... und... ... 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 Das ist auch grobartig für uns. Das ist auch grobartig. Ja, okay, wir wissen was. Geld selbst. Wir machen das einfach. Wir wollen keine Kriege führen. Wir geben ihnen Geld, so lange, bis sie uns lieben. 440 Projekte machen wir jetzt. Okay, wir haben ihnen Geld gegeben. Das war ein Maschinengeld. Ah ja, da müssen wir dann verkaufen. Das machen wir einfach durch. Kaufen wir wieder eins nach dem anderen. Ah, Friendship. Das nehmen wir gerne an. So, und was wollen die Romulaner? Ein Warpag gegen die Klinge? Hm. Wir könnten das vielleicht ignorieren. Was haltet ihr? Ich hoffe, die Kinder sind sehr neidwegig. Und damit die Klinge zu uns kommen, müssen sie durch die Generation oder die Romulaner oder die Kadasana. So. Wo haben wir noch? Tidonus. die kostet das ist absolut das kann man wahrscheinlich überall bauen im Gegensatz zu den Aquadings ok mit etwas glück Romulana und oder wie heißen die anderen Typen Galassianer aber ich fürchte sie werden das Schicksal erleiden wie die Föderationen oft in ihrem Spiel nämlich sie werden abgebildet von den anderen und Non-Aggression-Knappe Non-Aggression-Knappe New Opportunities Mon-Aggression-Knappe So, dann weiter Cross-Pass und das als nächstes Ja, das ist doch unglaublich ist doch wie das ist doch dieses ist doch Trades in der Klinik. Gut. Das ist. Oh. 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 Hupe ... Du brauchst, sondern sie brauchen nichts. Okay. Oh. A friendship. Yes. Was wollen die? There is no honor among the federation. Ja, war dankbar. Echt jetzt? Jetzt kommt die Föderation bei einem Outpost. Das ist hoffentlich nicht der E.A. Das bedeutet, ich bin ein bisschen dran. Wollten sich alle ein Beispiel um mir nehmen? Ich bin ein bisschen dran. Da, was er da? Ah, ich bin ein bisschen. Puh, mein Kornuschi. ok mal kurz Ich weiß nicht, wie das der Computer macht, wenn wir es voll machen, hier. Okay, wir wollen den Ulianern anbieten. Ich jetzt, die wollen mehr Geld als sonst was. Ah, gewischt sind wir einfach. Die sind bereits affiliated, wenn wir sie aufnehmen. Die sind affiliated. Die ist auf irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie wir es holen. Ich kann mir mal die Membership anbieten. Ohne Geld. Ohne Geld. Wir bauen das Geld für unsere Gebäude und Schiffe. Okay. Na gut. Okay. Okay. Los. Kaufen. Mhm. 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 Und dann aber. Ja. Und dann aber. Ja. Ja. Okay. Ok. Plus, die Rejectedness. Also Rejected. Das ist für die Prozhaft. jetzt wollen wir euch geschenke zuerst ja das ist okay das kommt auch ja sonst machen wir nichts jetzt dieses mal wenn die tatsächliche verletet werden das wohl kann immer in der nähe voneinander immerhin sind die beiden miteinander verwandt ok jetzt abgelehnt das ist mal was interessantes dass die Operation in der Empire die Crippled bis jetzt habe ich immer nur negative Sachen gehabt bei denen ich versuche bei anderen Sachen, bei anderen Deutlingen was zu machen 100% Security geben gar nichts gegen andere schon gar nichts gegen Romulan und Kadassianer die in dem Bereich sind ökonomisch sind wir definitiv meine Racer haben jetzt alle eines Science mäßig sind wir auch ich weiß nicht was 2 und 5 heißt vielleicht unser Militär ist allerdings mit das ist nicht gut wir haben eine schlechte Moral schon jetzt na gut meine Herrschaften ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal wieder bis dann tschüss euch ich 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 Vielen Dank.